Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Hier in diesen Videos reden wir immer darüber, dass Gott einzig und alleine Liebe ist. Dass es weder einen bestrafenden Gott gibt, noch einen bösen Gott, noch dass er uns etwas Schlimmes tun möchte. Nein, dasjenige, was wir uns antun, tun wir uns tatsächlich immer selbst an. Wir sind alle Kinder Gottes und wir alle sind Teil dieser unendlichen Liebe. Aber sehr, sehr oft sind wir anhand unserer Erziehung, anhand der Situation, in der wir aufgewachsen sind, anhand auch falscher Vorstellungen, die uns im Laufe der Zeit mithilfe von Kulturen und teilweise auch mithilfe von Religionen anerzogen wurde und auch im Elternhaus teilweise anerzogen wurde, sind wir in eine Situation hineingeraten, in der wir sehr, sehr oft unser eigentliches Potenzial nicht nutzen und unser eigenes Potenzial auch nicht nutzen können, besser gesagt uns nicht trauen. Ich bekomme immer wieder E-Mails von Zuschauern, die mir schreiben, wie schlimm eine Situation war, wie schlimm ihre Jugend war, wie unglaublich schwierig die Situation an ihrem Arbeitsplatz war oder ist. Und da höre ich unheimlich oft diese Opferrolle darin. Und deswegen möchte ich heute in diesem Video nochmal auf diese Opferrolle eingehen und vor allen Dingen auf etwas, was mit dieser Opferrolle auch wirklich zu tun hat. Und zwar, das ist Nachtragendheit. Die meisten Menschen hier auf dieser Erde sind sehr nachtragend. Ich glaube, fast alle von uns sind nachtragend. Ja, jeder eigentlich. Ich habe das auch manchmal, dass ich sage, ich habe jemandem längst vergeben. Und ich bin davon überzeugt, tief in meinem Herzen, dass ich vergeben habe. Und dann passiert irgendeine kleine Geschichte und dann kommt die Situation wieder raus und ich merke, dass, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, ich noch nicht mal wirklich echt richtig, richtig vergeben habe. Richtig vergeben ist nicht leicht. Es ist wahnsinnig schwer. Vergeben vom Herzen her. Das ist ein Prozess und ich muss auch nicht diesen Prozess forcieren. Es gibt Menschen, die sagen, nein, ich kann das zwar vergessen, aber vergeben kann ich im Augenblick nicht. Vergeben ist ein Prozess, der auch mit Meditation, mithilfe von Gebete, mithilfe von vielen, vielen verschiedenen Werkzeugen erreicht werden kann. Aber oft ist es ein langer Weg. Was aber viel wichtiger ist, bevor wir vergeben und vergessen, vorher ist viel wichtiger, dass wir nicht so nachtragend sind. Die Nachtragendheit lähmt uns. Sie lähmt uns vor allen Dingen, aus unserem eigenen Leben etwas zu machen. Und manche nutzen das auch als Ausrede, gar nichts aus ihrem Leben zu machen. Ja, ich habe keine Chance, etwas zu erreichen. Denn ich komme aus einem ganz armen Elternhaus. Oder ich komme aus einem Elternhaus, wo wir missbraucht wurden. Körperlich oder psychisch missbraucht. Meine Eltern waren selber keine starken Menschen. Wie kann ich denn eine starke Person werden? Die Schule. Ja, ich war immer die Schlechteste in der Klasse. Ich wurde immer von den anderen gehänselt. Ich wurde gemobbt. So viele Gründe gibt es, als Ausrede zu nutzen, dass ich etwas nicht erreiche. Es gibt aber auch genauso viele Gründe, das zu nutzen, um zu wachsen. Es gibt auch ganz viele Vorbilder, ganz viele Menschen, die erzählen über ihre unglaublich schwere Zeit, über ihr schwieriges Elternhaus, über ihre schwierige Schulzeit, auch das Mobbing. Und die das genutzt haben, um zu wachsen. Die den Schalter umgedreht haben. Allerwichtigste Voraussetzung dazu ist wirklich, nicht nachtragend zu sein. Wie schaffe ich es, nicht nachtragend zu sein? Das schaffe ich nur, indem ich von der Nachtragendheit in den Modus des Versuchens, des Verstehens, der, nennen wir es die Barmherzigkeit, gehe. Jeder von uns hat seinen Weg. Und jeder Einzelne von uns hat wirklich auch seine Aufgaben. Und jeder macht Fehler. Es gibt niemanden, der keine Fehler macht. Es gibt auch keine Eltern, die keine Fehler machen. Alle Eltern machen Fehler. Alle Eltern, ja, wir alle sind Amateure. Jeder, der ein Kind bekommt, ist ein Amateur. Das erste Kind ist das Versuchskind. Beim zweiten geht es ein bisschen besser. Und beim dritten sagt man, da geht es dann richtig gut. Jeder von uns hat das, ja? Ich denke manchmal auch, okay, wenn mein zweites Kind mein erstes Kind gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich beide Kinder anders erzogen. Ich habe mein Bestes gegeben. Und ich glaube, es hat einigermaßen gut funktioniert. Aber es gibt auch Situationen, wo ich mir heute noch selber, ja, nicht Vorwürfe mache, aber wo ich denke, das hätte ich auch anders machen können. Und wo ich manchmal auch denke, ja, eigentlich hätte ich es lieber anders gemacht. Aber ich war damals auch Amateurin und ich wusste nicht, was ich tue in dem Sinne. Und ich habe versucht, das Beste zu tun. Versucht aus dem Modus der Nachtragendheit in den Modus der Barmherzigkeit reinzukommen. Versucht zu verstehen, warum hat der oder diejenige das gemacht? Warum haben meine Eltern das gemacht? Vielleicht haben die auch selber eine ganz schwere Jugend gehabt. Vielleicht auch Kriegskinder, ja? Auch da aufgewachsen. Vielleicht auch mit ganz vielen schwierigen Situationen. Und manchmal auch die Lehrer in der Schule. Ja, ich habe euch das erzählt, mal die Geschichte. Es ist eine Geschichte, die werde ich nie vergessen. Die ist ein Teil meiner Geschichte. Aber da habe ich längst vergeben. Und ich habe es auch verstanden. Ich war in der niederländischen Grundschule, in der Grundschule, in der ich war, das erste deutsche Kind. Ja, mein Vater ist Deutscher. Meine Mutter ist Niederländerin. Ich bin in den Niederlanden aufgewachsen. Ja, mein Vater hatte auch seine ganz schwere Zeit. Also in Deutschland damals. Aber nichtdestotrotz, ich war ein deutsches Kind. Und das war in den 60er Jahren. Und da gab es sehr, sehr viele Ressentiments in den Niederlanden hinsichtlich der Deutschen. Klar, die kamen in den Niederlanden einkaufen. Aber gleichzeitig waren sie nicht sehr beliebt. Und sie wurden auch beschimpft. Ich war also das erste deutsche Kind in der niederländischen Grundschule. Und es gab eine Lehrerin. Ich werde ihren Namen auch nie vergessen. Und ich war befreundet mit ihrer Nichte. Ihre Nichte war in der gleichen Klasse. Das war meine Freundin. Wir bekamen damals, das war Teil der Erziehungsmethode in der Schule. Wenn man eine sehr gute Note hatte, bekam man ein sogenanntes, man nennt es heute Fleißkärtchen. So ein hübsches kleines Bildchen. Und das konnte man dann in ein Heftchen kleben. Immer wenn ich eine gute Note hatte, waren die Fleißkärtchen, diese Bildchen, angeblich alle. Und dann hat sie oft gesagt, ja, du kriegst es morgen, aber auch morgen am nächsten Tag, wenn ich gefragt habe. Sie waren alle. Ich habe also diese Bildchen nicht bekommen, obwohl sie mir zustanden. Und nach einer Woche oder so hieß es dann, ich kann mich nicht erinnern, ich habe es vergessen. Als Kind hatte ich keine Ahnung, warum sie mich nicht mochte. Ich habe das persönlich genommen. Ich war sieben Jahre alt. Warum mag sie mich nicht? Was mache ich falsch? Muss ich noch besser lernen? Muss ich noch mehr alles machen, was sie mag? Damit sie mich mag, ja? Noch lieber sein, zwischen Klammern. Was ich nicht wusste war, dass diese Lehrerin ihren Bruder und ihren Vater im Widerstand verloren hatte. Im niederländischen Widerstand. Sie wurden erschossen. Ja, und das war natürlich für sie ein Grund, alle Menschen, die aus diesem Land kommen, nicht, naja, ganz vorsichtig ausgedrückt, nicht zu mögen. Und sie hat das an mich, kleines Kind, hat sie es rausgelassen. Sie konnte wahrscheinlich nicht anders. Ich habe ihr längst verziehen und ich habe es auch verstanden. Aus der heutigen Sicht sage ich, ja, ganz verständlich. Besser wäre gewesen, wenn sie mir das erzählt hätte. Wenn sie mir gesagt hätte, Kind, ich mag dich nicht. Es hat aber nichts mit dir persönlich zu tun. Es hat etwas mit deiner Nationalität zu tun. Mit deinem Vater womöglich. Ja, obwohl er auch nichts damit zu tun hat. Das sind die Urteile und die Vorurteile. Was ich nur hier in diesem Video damit sagen möchte, ist, versucht barmherzig zu sein. Diese Frau hatte ganz Schlimmes erlebt. Ganz Schlimmes erfahren. Und sie hat das auf alle Menschen, die aus diesem Land kommen, hat sie das impliziert. Und auch auf ein siebenjähriges Kind. Vielleicht hat es ihr nachher Leid getan. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht war ihre Wut und ihre Trauer und ihr Ärger, vielleicht war das alles so groß, dass es ihr nie Leid getan hat. Das war ihr Weg. Nur ich habe es als Siebenjährige nicht verstanden. Ich habe es erst später erfahren und dann natürlich verstanden. Und ich habe ihr längst verziehen. Das sind die Situationen im Leben, die uns prägen. In dem Fall würde ich behaupten, hat es mich stärker gemacht. Aber es gibt auch, wie gesagt, Zuschauer, die mir heute schreiben, 40 Jahre, nachdem sie Kind waren, dass sie ein schwieriges Elternhaus hatten, versucht, in die Barmherzigkeit reinzugehen, raus aus dieser Nachträglichkeit, nachtragend zu sein, indem ihr versucht, einen Grund zu finden, zu verstehen. Denn wir sind alle Menschen und jeder von uns hat seinen Weg. Und es gibt keinen Menschen, keinen einzigen Menschen hier auf dieser Erde, der einen einfachen Weg hat. Das wollen wir alle. Und es sieht manchmal auch so aus, wie wenn andere einen einfachen Weg haben. Aber meistens ist es nicht so. Ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.